Thomas, weißt du, viele unserer Bekannten denken mittlerweile, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Wieso das denn, liebstes Gabi Geburtstagskind? Naja, liebes Thomas Geburtstagskind, weil wir beide immer nur eine gemeinsame Party geben, an nur einem Tag im Jahr, nicht an zwei verschiedenen Tagen. Das kann zu ernstzunehmenden Verwirrungen bei den Menschen führen. Ich finde den Gedanken an sich aber nicht schlecht. Wie bitte? Ich verstehe dich gerade nicht, glaube ich. Ich meine, das wäre der Tag unserer Geburt identisch, dies eine Dramatisierung unserer Beziehungsstory sein könnte. Was für eine Story ist denn das? Um Gottes Willen, mein bestes Thomas Geburtstagskind. Naja, vielleicht diese Geschichte. Gabi und Thomas, am selben Tag geboren, 100 Geburtstage gemeinsam am selben Tag gefeiert und zuletzt am selben Tag gestorben. Ja, das ist schon eine tief beeindruckende Geschichte. Ich verstehe, was du meinst, aber, aber ist es wirklich das, was du möchtest, dass die Leute über uns sagen? Das ist eine wirklich interessante Frage, Gabi. Ich wette, du hast schon eine Antwort parat. Schön wäre ja eine Geschichte wie diese. Die Frankes, sie spielt Klavier und singt, er tanzt dazu mit inniger Leidenschaft. Selbst auf ehrwitzigen Tonleitern. Ja, und Moritz spielt die Ukulele und Charlotte arbeitet mit den Fahrradglocken. Ja, das sind die Geschichten, die ich mir so über uns vorstellen könnte. Und wirklich nicht solche Geschichten wie? Stell dir vor, die zwei sind am selben Tag geboren und sie werden auch am selben Tag abtreten. Wir werden heute auf der Party die Dinge endgültig klarstellen, Liebes. Du hast, wie so oft und vielleicht auch immer recht, womit wir beim Thema Beziehungspsychologie angekommen wären. Nein, danke. Okay, wir haben auch genug zu tun jetzt. Unsere Gäste kommen gleich. Ich freue mich schon auf alle. Ich mich auch. Wirklich. Der Rasen ist gemäht. Die Hecke aber leider nicht geschnitten. Der Salat ist leicht versalzen. Die Autos sind leicht ungewaschen. In Gelsenkirchen ist gerade Wasserrohrbruch. Das Gartenhaus brennt. Du hättest doch lieber Nudelsalat machen sollen. Aber, lieber Thomas, es ist doch alles eigentlich wieder ziemlich perfekt hier, finde ich. Wen bringt eigentlich Charlotte in diesem Jahr mit? Es hat geklingelt. Thomas, machst du auf, bitte? Und, ich wünsche uns beiden ein wunderschönes Fest, Thomas. Das wünsche ich uns auch, meine liebe Gaby, von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass ich mich auch, meine Gaby, von ganzem Herzen erinnere, ich wünsche uns auch, meine Gaby, von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass ich mich euch auch, meine Gaby, von ganzem Herzen erinnere, Untertitelung des ZDF, 2020